Verändere Ablehnung in etwas Positives. Diesen Erfolgstipp hat mir Schauspieler Sascha Daywin mitgegeben. Und es geht darum, einfach mal zu lächeln. Dinge zu tun, wenn du am tiefsten Punkt deines Lebens bist, nur in die eine Richtung zu gehen, in die du gehen kannst, nämlich wieder aufzustehen. All das und noch viel mehr, was du tun kannst, wenn du mal an dem Tiefpunkt deines Lebens bist. Was Sascha mir noch an Tipps mitgegeben hat und was du tun kannst, um eben in diesem Tiefpunkt einfach wieder aufzustehen, all das und noch viel mehr findest du in meinem Blogbeitrag unter www.normen-graeter.com.